Hallo zusammen, schon wieder ist ein Jahr vorbei und es ist Zeit, eine Rückschau zu halten auf die interessanten Monate, die hinter uns liegen und die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Aber zunächst wollen wir euch danken dafür, dass ihr weiter bei uns wart, dass wir schöne Spiele zusammen hatten und nette Gespräche mit den Spielern, mit unseren Kollegen, die Spielleiter dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Vielen Dank auch euch. Wir wünschen euch... Frohnliche Weihnachten! Frohnliche Weihnachten! Und dann nur noch ein Feuer! Frohnliche Weihnachten! Frohnliche Weihnachten! Frohnliche Weihnachten! Vielen Dank.